B steeds k分享 Bleiengames Hallo, willkommen zu euch zum Games! Ich bin der pilot.. Ich bin der Bolan Alexcarian w substance Ich bin da, ich bin da Ich glaube, ihr habt das Vieh drauf, oder? Ich versuch's Was ist dein Problem? Was ist dein Begehr? Hat das auch so ein Hebelding? Ich glaube echt, dass es vielleicht an der Maske liegt. Aber ich... Oh, das wirft schwer. Aber ich will jetzt nicht hüpfen. Ja, ist ja gut. Jetzt hüpfe rüber. Hüpfe nicht vor. Auf die andere Seite. Zum Cherry Curl vielleicht. Danke. Jetzt fick dich. Auf deiner Maske steht Hurensohn. Gängsteiser-Mikrofon. Ein intensives Spiel. Wahnsinn. Du hast es gerade Action geladen. Wie sauer. Ich muss noch was ausprobieren. Geht es hier weiter? Ja, ich glaube auch. Hauf. Da ist ein Hebel. Was auch immer jetzt passiert, sehen wir ihn gleich mal. Yes. Okay. Ja, ich habe eine Idee. Kann ich das schieben? Ich glaube nicht. Okay, pass auf. Noch mal kurz den Speer vom Cherry Curl entfernen. Dann auf die andere Seite. Vielleicht kann man ihm den Schwanz abschneiden. Auf der anderen Seite von diesem... Ah. Now watch me save my... Wenn ich denn irgendwann mal... Führer! Er macht nichts. Ja, genau. Fall rund. Tschüss. Mach's gut. Leck mich doch am Arsch. Aber jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Also kannst du dir den einen Weg sparen eigentlich. Eigentlich. Hoffentlich. Hoffentlich. Nee. Ja, ist jetzt gut. Schaut aus, als würde der Pfeil und Bogen haben. Schon mal ein bisschen. Oh, aber das wäre lustig, wenn er dich jetzt aufgespießt hätte. Tot. Ja, und jetzt liegt er wieder am Boden. Ah, pack den Schwanz. Ja. Ist das geil eigentlich. Jetzt ab. Ist das mies. Alles pack. Oh ne, doch ne. Oh oh. Oh, jetzt lauf. Oder warte. Ich ziehe. Ich versuche es nur mal zu ziehen. Oh ne. Noch mal runter. Und noch mal runter. Oh mei, oh mei. Was du gerade mit Cherry Girl fertig gemacht hast. Du Bitch, jetzt komm her. Bitch, komm her. Jetzt gibt es doch Small. In der Fresschen rein. Amk. Alles mit Käse. Alles mit Käse. Ja. Ah. Oha. Also, no. Das hat sich nie ändern. Genau. Ja, einmal weiter klicken. Weiter, weiter ins Verderben. Du hast doch mit dem Ei vorgegessenen Rammstein noch gesungen. Gott stimmt, ja. Bück dich. Befehle ich dir. Wende dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich. Oh, ich habe es gehabt. Oha. Na also. Oha. Wie zum Teufel. Wenn er das Ding schieben kann. Na klar. Natürlich. Na das kann er. 100 Kilo Handelbank. Junge. Oh, hell yeah. Oh, nee, 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 nee. Das kann er nicht. Nee. Aber die Ding ist runter. Die Maske. Die Maske ist runter. Haut er jetzt ab. Kann man befreit vielleicht. Ich glaube auch, dass es an der Maske liegt. Oh, das ist crazy. Cherry Girl. Ah. Bloß. Genau. Nur mit dem Unterschied, dass er nicht bei dir bleibt aus dem Grund, weil du hast dich am Cherry Girl gekümmert damals. Ich glaube, am Anfang. Mhm. Und bei Freundschaft etabliert. Oh. Ich komme, ich komme. Cherry Girl. Ah. Oh Gott. Ah. Wenn man alles später erstmal rausziehen wahrscheinlich. Ich tue, wo sie kann. Nee. Ah. Alter. Und weiter runter. Ähm. Mmhm. Und weiter. Der Epileptiker-Hip-Hop habe Sie angehen. Nee, anscheinend muss ich runter springen. Auf Cherry Girl vielleicht drauf. Oder ist da Wasser oder irgendwas, wo ich neinspringen kann? Nee, nee. Ich kann nüt. Warte mal, geh zurück. Da drüben ist so eine Kette, habe ich irgendwo gesehen, glaube ich. Oder da, ich weiß es nicht. Wohin? Da, jetzt links entlang. Da schaut das doch gar nicht so schlecht aus. Da vielleicht runterklettern. Nee. Ah nee, da ist auf jeden Fall auf der Seite nix. Und vielleicht auf der anderen Seite. Cherry Girlie, komm. Der will die Kamera. Nee, der möchte nicht, der möchte, nee. Nee. Geh mal rechts. Ich springe mit mir auf. Hier kannst du auch nicht weiter runter. Da? Nee, will er auch nicht. Ah, okay. Nee. Ja, da muss auf jeden Fall hier irgendwo sein, auf der Drücke. Aber ja, dann auflaufen bringt ja nix. Nee. Winnetou! Oh. Soll ich nicht gehen. Wieso fällt er nochmal hin? Cherry Girlie, komm. You saw it, you saw it. Cherry Girlie. Cherry Girlie. Cherry Girlie. Yay! Fett! Letzte Folge haben wir es glaube ich noch gesagt. Wir brauchen wieder. Ja. Ja, so kann man es wegpacken. Das ist ein TV-Test-Bild. Das ist ein TV-Test-Bild. Ja, das ist ein TV-Test-Bild. Ja, ich weiß. Funktioniert es auch, wenn es schläft? Power. Da. Erstmal stre... Nein. So. Ich glaube der Schwanz hat ein Eigenleben. Ich glaube es auch. Oh, da ist noch ein Flügel drauf. Scheiße. Und schon ist er wieder kaputt. Schau mal, ob da irgendwas drin ist. Vielleicht fressen wie Scheiße. Ne, aber da oben... Ach, da hinten was? Ja. Da ist schon ein Fässle. Und da noch ein Fässle. Ja, noch ein paar Fässle. Sehr gut. Yay. Cherry Girlie. So wie ein Schwanzstiefel. Nicht ein Schwanz, wirklich. Flügel. Nach einem Fässchen geht es dir besser. Abstellen. Genau. Ist ein Fass. Oh nein. Oh. Hier. Ja. Nein. Ein bisschen näher vielleicht noch hin. Ja. Eins noch. Cherry Girl. Ich nehme alles zurück, was die Böses zu dir gesagt hab. Kannst du mir die Böse allein lassen? Danke. Das ist eine Bild, was ich heute teilt habe. Make her pussy wet, not her eyes. Make his dick heart, not his life. Break her bed, not her heart. Play with her boobs, not her feelings. Get on his dick, not on his nerves. Always salt your pasta while boiling it. Ja man, das ist so geil. Da hat der Hector heute auch so was geiles bei uns in die Bandgruppe geschrieben. Sie zu ihm, meine Lippen sind heute so trocken. Er zu ihr, reibt das nicht unglaublich beim Gehen? Sie, was? Ich, was? So geil, man. Ja, jetzt. Yes. Komm. Meinst du, gibt es noch irgendwo ein Fässchen? Drei Stück, glaube ich, waren es, oder? Es waren eigentlich immer drei Stücke. Zwei wäre so eine unautistische Zahl. Ich bin total unzufrieden. Dreh dich. Ich würde vielleicht hier hoch. Und vielleicht komme ich von da. Oh ne, kommt nicht so weiter. Ne, das waren tatsächlich nur zwei. Aber vielleicht... Schauen wir mal dahinter. Oh. So. Ganz ruhig, ich bin gleich wieder da. Ich hole noch was. Keine Angst. Da gibt's was zu essen, ne? Essen, ne? Ein Cheesy Burger. Ein Cheesy Burger. Hier waren wir schon mal. Meins? Mhm. Oh ja. Cheesy Burger. Ich glaube nicht, dass da noch... Ah, wieso kommt man immer wieder an diese scheiß Autos zurück? Das ist so frustrierend irgendwie. Ah. 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 Was? Ne, ist nichts. Ah. Geh mal da. Ne. Ah. Ah. Ne. 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 Ne Mal wieder zurück. Das ist der Stuhl. Ja geh halt runter. Danke. Arm auskugelt. Da wollen wir nicht runter. Ja, jetzt. Du schaffst es, glaube ich, über ein Loch zu steigen. Nee, doch nicht. Nee, das ist ein Gecko, der ganz komisch gelaufen ist. Schau, warte mal, schau. Rechts. Da, links. Da einmal drumherum. Vielleicht da irgendwas. Man. Warte, warte, dreh um. War da nicht eine Leiter? Nee, doch nicht. Hat nur so ausgeschaut. Alles klar. Wurst zum Essen für das Cherry Girl. Kleine Lois. Ich schlag dich zusammen. Da ist eine Kette. Ich hab doch vorher gesagt, ich hab eine Kette gesehen. Ja! Da ist der Nehmerleiter. Nee, Stufe. Hab nichts zu sagen. Hm? Was? Hey, sag ich, Cherry Girl. Ich bin gleich wieder da. Wenn du hier faulinnst. So. Ist hier etwa Schweinsvolk anwesend? Hä? Achso. Aber da sind viele Schmetterlinge. Ja, da musst du auch... Warte mal, da rechts. Ich hab eine Idee. Ja. Mit dem Mund auf Schmetterlinge. Oh, nein, nein, nein. Du intelligentes Stück, du. Oui. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Das dauert jetzt 40 Jahre, bis ich hier durch bin. Was macht das? Das hier alles. Der sieht das nicht. Ich finde es so lustig, dass der Schwanz ein eigenes Leben hat. Das finde ich auch super. Schmeiß einfach nur unter. Das funktioniert mir sicher nicht. Aber? Ich bin ganz überrascht, dass das gerade passiert. Ich wollte ja lachen, wenn es jetzt kaputt gegangen wäre. Ja, super. Stell es ab. Was sollst du schmeißen? Tipp du. Oh. Ja, die Dinger, die bleiben ganz, weißt? Klar. Ich hätte jetzt gedacht, ich brauche wieder eine halbe Stunde, bis ich da durch bin. Ich bin dieses Trippergewinn. Au, au, au. So, au, 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 au. Und wie er jetzt... Scheiße. Und wie er jetzt Cherry Girl verfüttert, sind wir in der nächsten Folge. Yeah. Yeah, boi. Ich bin der Mo. Ich bin der Mo. Und mach's gut. Ich bin der Mo. 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 Vielen Dank.